So, Leute, willkommen zu einer neuen Fasmo-Runde. Heute wieder mit Teddy. Ex-Teddy. Ja, der liebe Max Felder ist auch wieder mit dabei. Und wir werden, da ich jetzt auch die Gegenstände, die es jetzt neu gibt, besser verstehe. Es gibt ja neue Gegenstände, falls du mitbekommen hast, wie Taro-Karten und Musikboxen. Wir hatten zum Beispiel die Voodoo-Puppe nicht. Die Voodoo-Puppe hatte ich die ganze Zeit. Ich will den Spiegel sehen. Oh, cool. Das schaffen wir. Weil ich habe nämlich jetzt ganz viele Tutorials angeschaut und Videos. Und ich habe jetzt verstanden, was die Karten bedeuten. Und deswegen gehen wir rein und rocken das Ganze. Let's go. So. Dann wird es hier heute betreutes Gaming. Geil, weil ich kenne nämlich die Funktionen noch nicht. Und ich freue mich riesig drauf. Und ich finde die Mützen, die wir aufhaben, so süß. Ja, ist echt süß, gell? Das ist richtig süß. Das ist and cool. Das ist richtig cute. So. Okay, wie heißt er? Der David. Der David, genau. Vielleicht spielen wir nachher noch mit Randoms. Ich kann es euch aber nicht versprechen, Leute. Aber ich kann euch eins sagen. Es wird wieder Geilo. Erstmal gucken wir, dass wir unsere Gegenstände haben. Und dann können wir gucken, ob wir mit Randis spielen. Okay, okay. Genau, wichtig, dass wir nachher Gefrierttemperatur mitbringen, weil die ist jetzt nicht dabei, weil damit finden wir den Geist schneller. Ich wollte gerade sagen, wieso? Ich habe doch alles reingepackt. Du hast gelogen. Ja, okay. Du hast nicht ertappt. Ich nehme eine Box und ein Buch mit. Okay, dann... Und Helm-Kameras habe ich auch nicht gekauft, weil ich ein armer Schlucker bin. Ach, das ist nicht schlimm. Dann nehme ich das mit. Okay, let's go. Okay. Okay. Okay, es geht wieder los. So, ich mache direkt mal die Heizung an, die hier irgendwo ist. Hast du schon mal den Albtraum-Modus gespielt? Ja, der ist schrecklich. Den können wir auch gerne machen. Der ist geil, oder? Ja, können wir auch gerne machen. Der ist so geil. So, lass mal kurken. Hast du schon angemacht? Nee. Ich finde den gerade nicht. Ah, hier. Oder? Ja, ja. Nice. Ist an. Übrigens finde ich es voll schön, dass wir immer wieder zusammen spielen, und das ist richtig lange her, ne? Ja, wir hatten irgendwie nie Zeit. Nee. Ich höre ein Waschbecken, oder? Nee, das bin ich. Nee, das ist ein Waschbecken an. Ich bin inkontinent. Oh, der geht ja voll ab. Oh! Guck mal! Haben wir Feuerzeug dabei? Wo liegt der? Guck mal. Oben! Wie bist du denn hochgekommen? Hä, wie viel ist denn hier an? Der geht ja voll ab. Geil! Hier können wir den beschwören. Hast du... Der geht ja richtig ab, ey. Ja. Der gibt wirklich alles. Wo ist denn das Waschbecken? Hier. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Hier. Er ist hier. Dann kann ich das ja auch schon mal hier placen, ne? Lass uns mal... Kannst du mich hören? Wie alt bist du? Ich glaube, er ist hier. Gib uns ein Zeichen. Oh, Box. Er ist neun Jahre alt. Okay. Lass mal runtergehen und das mit dem Kreis machen. Du willst ihn beschwören direkt? Ja. Was machen wir denn mit dem Kreis? Da kommt der Geist. Dann können wir ein Foto machen. Dann machen wir das am Ende. Okay, dann machen wir das am Ende. Weil mit dem Kreis beschwörst du den Geist. Und dann kannst du ein Foto machen und wegrennen. Deswegen lassen wir es mal lieber. Du hast schon recht. Dann nehme ich mal die Fingerabdrücke mit. Oder nimmst du die? Sonst nehme ich die. Ich würde mal ein Stativ aufstellen. Ja. Gute Idee. Let's go. Okay. Hey, ihr schmeißt mir auch. Wie geil. Voll süß. Das ist mega cool. Ich mag das. Ich finde es so schön, dass die sich hier wirklich Mühe geben und immer wieder neue Sachen reinbringen. Ich glaube, die Geisterbox muss man ausmachen, sonst wird der Akku. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Äh. Alter, der quatscht ist aber schon ziemlich viel, ne? Ja, deswegen. Ich mache mal die Box aus. Schreib ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Guck mal irgendwas an. Gib uns ein Zeichen. Eigentlich sollte man die Dots immer, nachdem man die Fingerabdrücke gecheckt hat, machen, weil sonst sieht man gar nichts mehr. Ja, sonst sieht man alles grün. Oh, oh. Was hat er angefasst? Was war das? Hier, die Tür. Okay, da ist kein Fingerabdruck. Ist er doch im Flur. Gib uns ein Zeichen. Man sieht doch durch die Kamera auch die Orbs, oder? Äh, ja. Okay, okay. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Ich glaube, haben wir Orbs? Ich glaube, ich habe Orbs gesehen. Sonst stell sie einfach mal auf, dann gucken wir mal kurz raus, ob wir was sehen. Ich glaube, das sind Orbs. Ich glaube, wir haben Orbs. Eben F3. Lass mal runtergehen, wir nehmen mal eine Sanity, dass wir nicht sterben. Wie, du hast doch Angst. Äh, ja. Ich bin so oft gestorben, die letzten Male, weil ich im Albtraum gespielt habe. Ach so. So. Okay, warte. Nimm dir auch mal. Das sind doch Orbs. Das sind doch Orbs. Ja, geil. Du kannst auch gerne mal Sanity phrasen, wenn du magst. Du hast mal nicht alle weggeputzt. Das ist ja nett. Du bist ein richtiger Schatz. Puzifix, okay. Ich habe mal nicht alle weggefressen. So. Das hast du mal gemacht. Nimm mal was weg. So, wir haben jetzt Mare, Yo-Kai und Onryo. Genau, Buch. Buch oder Gefrier-Temperatur, was wir nicht checken können. Es sei denn, wir fangen an zu atmen. Und Onryo. Yo-Kai. Das ist der. Yo-Kai. Yo-Kai wäre noch der Dots-Projektor. Okay. Ja, Dots müssen wir halt checken. Also Gefrier, Dots und was? Ja, Gefrier, Dots oder Buch. Okay. Buch liegt ja drin. Nee, dann schmeiße ich mal kurz Buch rein. Ähm, Feuerzeug. So. Gefrier-Dots. Gefrier-Dots. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Und beide. Schreib in das Buch. Buch, Buch. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Er schreibt, er schmeißt schon viel rum, ne? Der ist wild auf jeden Fall, ja. Der hat Bock. Ähm. Schreib in das Buch. Soll ich den Kruzifix schon mal hinlegen? Ja. Das wäre gut. Was meinst du, wo der spawnt? Hier? So glätt? Ja. Denk ja, der ist ja auch direkt hier, wenn man die Geisterbox macht. Na, dann schmeiß ich es hier hin. So. Dann gucken wir noch mal, ob wir Dots sehen. David Williams. Ich gucke auch mal kurz, ob er vielleicht die Gefrier-Äh, die Ding ausgemacht hat. Ja? Sollst du? Soll ich hier oben dann anzünden? Warte, ich komme. Ich will das auch sehen. Ah. Wir konnten keinen... Nee, nee, noch nicht. Noch nicht. Wir konnten keinen Atem sehen, weil der hat die Heizung ausgemacht. Dann gehe ich mal schnell runter in den Keller und mach die wieder an. Ich habe sie angemacht. Wir müssen jetzt nur hier warten. Du bist doch gerade rausgelaufen. Nee, ich habe die Heizung angemacht. Wir müssen nur gucken, weil das kann nämlich sein, dass er deswegen die Heizung ausmacht. Damit wir nicht sehen, dass Gefrier-Atem ist. Du apparierst doch. Aber das dauert halt jetzt immer kurz auch noch. Hast du das Licht angemacht? Nee, du? Nö, aber er, glaube ich. Du kannst durch die Wand leuchten. Wie cool ist das denn? Das kann nur ich. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Noch nicht, noch nicht. Hier schneid es rein. Also Gefrier-Atem haben wir nicht. Du leuchtest. Nee, nee, nee. Wir gucken trotzdem mal kurz, ob es dort sind. Ich will gerne alle Beweise haben, weil wenn wir den Knaller zünden, dann hantet der direkt. Okay. Ich mache mal Licht auf. Ich glaube tatsächlich, es wäre auch gut, wenn die Kamera vor die Tür gestellt werden würde, weil so sieht man gar nicht richtig, wenn der kriecht. Ja. Ja. Ja, mache ich. Ich stelle dich hier hin. Ja, perfekt. Ja, sehr gut, sehr gut. So, dann klotzen wir jetzt mal. Aber wo würde denn der Spiegel liegen, wenn wir einen Spiegel hätten? Oder ist das Pentagramm am Boden jetzt schon der Ersatz? Das Pentagramm ist der Ersatz für den Spiegel. Hat er was ins Buch geschrieben? Die Gefrier-Temperatur ist auch nicht. Ich sehe nichts. Atme nichts. Okay, dann glaube ich, sind es Dots, oder? Ich würde es jetzt mal annehmen. Ich würde sagen, wir zünden jetzt einfach mal hier den Knaller an und dann gucken wir, was passiert. Okay. Ops, haben wir schon. Dann komm aber kurz noch nicht anzünden. Komm mal kurz nochmal raus. Er hat das Licht angemacht. Er hat gerade das Licht angemacht. Okay, aber noch nicht die Knaller zünden. Komm nochmal kurz raus, bevor du das machst. Und das Licht im Zimmer kannst du gerne ausmachen, sonst sehe ich nicht, ob es dort sind. Orps haben wir schon längst eingetragen, Leute. Wir haben schon zwei Bücher drin, also er müsste eigentlich reinschreiben. Okay. So, nimm gerne nochmal Sanity und dann machen wir ein Foto vom Geist. Dann nimmt jeder von uns ein Fotoapparat und wir rennen dann. Also ich trage dann jetzt auch einfach mal Dots ein, weil ich kann mir nichts anderes erklären, sonst. Oder muss man so... Wie muss man die Kamera einstellen, dass man ihn sieht? Das ist eine gute Frage, Leute. Muss man die so oder... Ich glaube so, oder? Weil dann habe ich es nicht richtig gemacht. Dann lassen wir die mal. Nee, es schneit hier, Leute. Es schneit hier. Aber dann sehen wir doch die Dots gar nicht richtig, oder? Beides geht, sagen die Leute. Ja? Auf Nachtsicht soll man machen. Nachtmodus. Okay. Okay. Seh nur Erbs. Ja, ich sehe auch nicht viel. Oder vielleicht ist er ein Mimic und er fälscht halt die Orbs, ne? Das kann halt auch sein. Äh, okay. Es gibt noch einen neuen Geist, der heißt Mimic. Der macht immer einen Geist nach. Also es könnte auch sein, dass der EMF oder sowas hat. Deswegen würde... Lass mich nochmal kurz, weil er hat so viel... Vielleicht ist es doch EMF 5. Also... Oder vielleicht ist es... Können Sie nochmal reingehen damit? Auch keine Geisterbox. Ich weiß nicht, aber ich würde tatsächlich gucken. Weil Mimic hat nämlich immer Orbs. Und er macht ja nichts anderes. Lass nochmal kurz mit dem EMF und so rein. Bevor wir... Was machen. Okay. Das wäre halt mega geil, einen Mimic. Oder vielleicht ist sogar im Bad irgendwie die Frieratung. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Guckst du kurz einmal, ob unten der Strom noch an ist? Ja. Das EMF 3. Bist du hier? Oh, es war ein Event. Holy shit. Oh Gott. Es war ein Event. Eben F4. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oh mein Gott, ey. Was ist passiert? Ich bin voll erschrocken. Der hat ein Geiste-Event gemacht. Eben F4. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ich glaube, das ist echt ein Mimic. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? So ein Arsch. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Boah, so eine Sau, ne? Mal gucken, ob irgendwo Fingerabdrücke sind. Gib uns ein Zeichen. Können wir ein EMF 5 kriegen, wenn wir den Knaller zünden? Ne, weil dann ist immer EMF 5 leider bei der Hand. Okay. Gib uns ein Zeichen. Der greift ja nur, wenn du allein bist, ne? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Erscheine. Erscheine. Er ist von 3 gerade runter auf 1. Gib uns ein Zeichen. Ist er dir nachgelaufen? Ne. Gib uns ein Zeichen. Er ist komplett gerade runter von 3 auf 1. Aber instant. Hä? Bin ich hier los? Ich will halt gucken, ob Fingerabdrücke sind, weil er fasst doch so viel an. Bist du jetzt 2? Gib uns ein Zeichen. Öffne die Tür. Gib uns ein Zeichen. Ist er irgendwas da am Tatschen? Ja, aber mehr als 2 kommt gerade nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es EMF ist. Gib uns ein Zeichen. Ne, aber vielleicht Fingerabdrücke. Mimic ist... Ah, jetzt vielleicht. Mimic ist Fingerabdrücke. Er hat auch das Licht an. Guck mal auf ins Bad. Guck mal ins Bad. Sollen wir mal den Dots wegmachen? Kannst du mal kurz den Dot nehmen, weil sonst sehe ich gar nicht richtig, ob irgendwo Fingerabdrückchen sind. Einfach kurz nehmen und wegschmeißen. Gib uns ein Zeichen. Oh, wo hat er die Tür geöffnet? Ey, ist der Kruzifix verbrannt? Ganz kurz. Oh, der wollte handen. Oh. Nein, scheiße. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, lol. Oh Mann. Oh, danke für den Raid. Wer hat den geratet? Vielen Dank. Ach Mensch. Egal, ich habe ja eh nichts dazu beigetragen. Es ist ein Mimic, oder? Oh, scheiße. Nein. Oh, fuck. Oh, Schlo, danke schön. Vielen Dank, Schlo. Schlo, magst du mitspielen? Dankeschön. Schlo, magst du mitspielen? Ist Max auch tot? Ich glaube, Max ist auch tot. Ah, nee, doch nicht gut. Oh, 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 oh. Zünd mal das Ding an. Ich will es sehen, die Beschwörung. Wenn du dich traust. Hier sind du. Ja, klar. Aber... Ach, du musst leider ganz früh raus. Okay, aber nächstes Mal. Schlo, magst du mitspielen? Dann nächstes Mal. Vielleicht auch mal PUBG oder sowas. Hallo an alle Schloris. Dankeschön, voll lieb. Oh nein, ist er tot. Oh. Oh, my gosh. Oh, jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Holy shit, hatte er ein Glück. Oh, Gott. Oh, Gott, was ein Glück. Oh. So. Schnell, beschwör ihn. Ja, ja, ja. Ich muss erst mal meine Sachen holen. Der hat sich schon wieder bewegt. Wo ist mein... Sind das Fingerabdrücke? Nee, sind keine Fingerabdrücke. Ich beschwör ihn jetzt. Oh, mach ein Foto. Hast du mir Kamera hier liegen lassen? Sonst hol dich schnell draußen eine. Jetzt handelt er eh gleich nochmal. Oh, wenn der mich handelt, ey. Oh, ich glaube, die Tür ist schon wieder zu, ne? Oh je. Das wird jetzt eine ganz feine Sache. Die Kerzchen anzündet. Oh je, das dauert schon viel zu lange, ne? Jan! Hä? Oh je. Dankeschön, Matt Honkow, ey. Hallo, Jan. Stehen, Stufe 1 Subs, vielen Dank. Dankeschön. Oh je. Das ist doch ein Mimic, oder? Glaubt ihr nicht, es ist ein Mimic? Nein, Mimic. Fingerabdrücke? Ich sag das Mimic. Okay, Gnu. Okay. Mach dich bereit. Ich glaube, er braucht zu lang dafür, ne? Schwerste Kerze der Welt. Oh je. Oh je. Oh je. Das lange Dünne kommt am Schluss. Oh je, oh je. Okay, es geht los. Oh je, oh, oh. Ach, krass. Jetzt renn doch. Oh Mann, Max. Oh nein, es ist er tot. Das hätte er nicht so lange machen dürfen. Oh no. Es ist ja irgendwann viel zu lang. Ich hab gedacht, ich war noch ein Foto von mir. Nein, Max, nein. Nein. Ich hoffe, er hat noch Geld. Oh no, Max. Es war ein Yokai. Nein, es war halt, glaube ich, wirklich das von Anfang an, was wir gesagt haben, oder? Oh scheiße. No. Oh scheiße. Ich hab kein Schwiegel verlor, aber das macht überhaupt nichts. Magst du nochmal alles kaufen? Oder sollen wir sonst unseren Raumcode leaken und wir lassen ein paar Leute rein, die uns helfen? Du meinst Leute, die uns einfach nur Sachen kaufen? Ja, und uns helfen. Lass uns eine noch machen, wo wir es alleine schaffen. Okay. Ganz wichtig, wenn wir nachher den Raumcode zeigen, guckt bitte, dass ihr nur reinkommt, wenn ihr ein gutes Mikro habt und wenn ihr streamt, bitte keine Subs und Co. vorlesen. Das wäre sehr nett, weil das ist sonst sehr nervig. Danke. Reiche Stäbchen haben wir. Salz nehmen wir mal mit. Sanity Pillen. Nehmen wir mal vier mit. Und ihr dürft nicht zu jung sein. Wenn ich merke, ihr seid nicht 18, schmeiß ich euch raus. So. Okay, ich hab alles rein. Ja. Wichtig, dass wir auch Thermo, perfekt, Thermo, zwei starke Taschenlampen brauchen wir, das ist ganz wichtig. Hab ich doch, oder nicht? Warte mal. Was? Starke Taschenlampen da? Entschuldige. Sunlight. Danke. Hinzufügen, starke Taschenlampen, wo? Taschenlampen, hier. Ach, der hat doch nicht dann zugenommen. Okay. I don't know why. Jetzt so. Äh, Phasmophobia heißt das Spiel. Dankeschön, lieber Chat. Okay. Okay, dann lass mal gucken, dass wir das hier machen. Fortgeschritten wählen. Nein. Machen. Nein. Wir sind jetzt schon gestorben. Oh, sieht diese Weihnachtsmusik so schön in dem Warteraum? Ich könnte mich doch einfach durchstellen, nichts machen. It's beautiful. Beauty. Xandra Moore. Sehr gut. Oh nein, du hast nur eine starke Taschenlampe mitgenommen. Nein, nein, nein. Ah, gut. Alles fein. Okay, dann mach ich mal den Strom an. Und im Keller. Ähm, was hast du mitgenommen? Hast du Kältigeräte mitgenommen? Genau, nimm du EMF mit. Ich hab's hierhin geschmerzen. Und ich nehm'n Buch noch mit. Okay, äh, gefriertem Auto hast du mitgenommen? Ja. Okay, dann nehm' ich noch Box mit. Ich entschuldige diese indiskrete Frage, aber wie viel Geld hast du noch? Jetzt so fürs Spiel? Ja. Weiß ich nicht. Hab grad ziemlich viel verloren und so. Nur damit halt, wenn jetzt irgendwie's heikel wird, ich dann dazwischen geh, weil ich hab eh kein Geld mehr. Nein, scheiß drauf. Das ist ein Spiel. Und wenn er hier kämseln. Und wenn, dann muss ich mich ja für dich opfern. Ja, ich war ja eh. So, wie sich Hawkeye für Romanoff geopfert hat. Aber du bist doch ein Schüchterner, die machen das nicht. Ja, ich dolper dann vor dich. So, Heizung ist an. Gib uns ein Zeichen. Hier unten ist auf jeden Fall ein Knochen. Das ist geil, die Garagentür war offen. Die sind immer offen jetzt mittlerweile, die Türen. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Äh, in der Garage hab ich eine Zwei. Okay. Dann ist er da wahrscheinlich. Ja, ich hör auch Sachen schmeißen. Gib uns ein Zeichen, bist du hier? Jetzt hab ich nämlich nichts mehr. Oder er ist im Vorraum. Ja, es kann sein, dass er rumläuft. Und wir müssen nach einer Spieluhr suchen. Oder nach dem... Wir können auch erstmal gucken, was jetzt hier für ein Gegenstand gespawnt ist. Können wir auch machen, das fände ich auch ganz geil. Ja, ich will erstmal mir in die Hosen scheißen. Du willst halt erstmal den Spiegel haben, ne? Ich weiß das schon. Einen Spiegel find ich endgeil. Ist das so ein... Ist das so ein Spiegel, wie die böse Hexe hat? Oder ist das so ein richtiger... Der ist schon richtig gruselig. So ein kleiner, runder, ja. Du siehst es schon, wenn du ihn findest. Okay. So ein Schminkspiegel. Ja. Ne, kein Schminkspiegel. Das ist ein... Oh, geil. Echt? Echt? Ich glaube tatsächlich, der Geist ist hier im Keller. So, warte mal. Gib mir den Teddybären. Ich will den Teddybären. Gib mir den Teddybären. Ich komm nicht hin. Wo? Also hier. Ah ja. Guck mal, wie die kuscheln. Okay. Also ich hab mir sagen lassen... Kennst du die Funktion von der? Ne, wie geht das? Ich hab mir sagen lassen, dass... Ah doch, genau. ... wenn du mit Rechtsklick oder so... ... steckst du eine Nadel in den rein. Und dann wird der Geist getriggert oder so. Genau, dann wissen wir, wo er ist. Lass mal runtergehen, weil... Ja. ... mit jeder, genau. Also entweder er zeigt sich, er macht ein Event oder... Aber wenn du im Raum bist, musst du es machen. Wenn du aber Pech hast, hantet er direkt. Deswegen lass uns mal nicht zu viel stechen, aber wir probieren es mal. Ich glaube, er ist unten, weil ich hatte hier Gefriertemperatur. Okay. Okay. Dann wandert er aber ganz schön. So, lass mal gucken. Oh ja, er ist hier. Ja. Er ist hier etwas hingeschmissen. Geh mal hin. Hier irgendwo. Hier irgendwo. Ist eben F an. Ja, ja, klar. Hier auch. Warte, ich mach's nochmal. Ich mach's nochmal. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich will erst sehen, ob hier irgendwas rum... Ja, ja, hier ist eine Dose hingefallen. Ja. Hier, hier, hier ist auch eine 3. Ja, der war das. Okay, also hier wird er wohl sein. Okay, ich schmeiß mal kurz die Budopopie hin, weil ich will es jetzt noch nicht ausreizen. Stich nochmal rein. Nein, nein. Stich nochmal rein. Ich hol kurz noch mein Gefriertemperatur. Noch nicht stechen, noch nicht stechen. Und wir verlieren jedes Mal Sanity, ne? Dann guck, ob EMF ist. EMF ist gerade... Guck, ob EMF ist. Okay, wir haben Bock. Oh, Minus. Ja, wir haben auch Minus gerade. Minus. Ich hatte Minus gerade. Wie kann denn das sein? Und er schmeißt hier unten Sachen wie ein Bekloppt aus. Deswegen guck mal, was das EMF macht. Ja, Minus. Wir haben Gefrier und Geisterbox. Genau, 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 genau. Er läuft auf jeden Fall rum. Er tigert hier irgendwo rum. Okay, dann lass mal hochgehen und Sanity essen. Jetzt schon? Ja. So, und dann gucken wir, was es sein kann, um auszuschließen, was es nicht ist. Boah, er hat gerade gehuntet, oder? Nee. Habe ich nicht mitbekommen. Krass. Also, lies mal ganz kurz vor, was für Geister sind. Onryo? Also, Onryo. Das wären Orbs. Die Zwillinge. Orbs, dann hätten wir EMF. Oder Mimic. Oh, scheiße. Das wäre dann Fingerabdrücke. Lass mal kurz, äh, nochmal, ich stelle mal eine Kamera auf, würde ich sagen. Ja, oder du gehst mal runter und ich gucke. Oder andersrum. Ja, können wir, ich mache das so, okay. Dann warte ich hier. Ja. Okay. Das Buch lege ich auch mal hin. Also, was kann es jetzt sein? Von den... Also, äh, entweder EMF 5 oder Fingerabdrücke oder Orbs. Schreibe das Buch. Aber er hat hier, er hat hier gerade auch was geschmissen. Okay, okay. Also, ich habe Reflektionen, aber keine Orbs bisher. Ey, was sind das für dumme Geräusche? Hört ihr das? Er schmeißt hier hinten... Hast du eine Kamera dabei? Er schmeißt hier hinten rum. Ich würde Orbs ausschließen. Ich habe bis jetzt gar nichts gesehen. Was sind das für... Was sind das für Knalle hier? Gib uns ein Zeichen. Ihr knallt es die ganze Zeit. Ich gehe jetzt mal raus. Oh, fuck my life. Was war das denn gerade? Das war ein scheiß Geiste-Event. Ich habe gerade gedacht, was war das denn gerade? Das ist so ein Bildaussetzer. Oh. Ekelhaft. Also, äh, ich gehe auch noch mal rein. Guck du mal, aber ich würde Dots ausschließen. Aber ich würde sagen, wir tun trotzdem mal die vielleicht einfach auf dem Stativ befestigen. Ja. Ich nehme jetzt mal Fingerabdrücke. Ähm. Und EMF mit. Und dann gucken wir mal, was da ist. Haben wir noch ein EMF vielleicht? Sonst kannst du mir auch EMF geben oder ich Fingerabdrücke, dass wir beide das aufteilen. Hier liegen eh noch und zwar eher liegen EMFs. Nimm mal lieber noch Sanity, nicht, dass er gleich huntet. Okay, Milady. So. Okay, let's go. Was war noch? Was war noch? Ah, ich mache mal auch mal einen Kruzifix hin, damit er nicht auf die dumme Idee kommt. Let's go. Wir gehen aber hier auf richtig Nummer sicher, ne? Ja, ich will, dass wir mal Geld kriegen. Erfolgsorientiert. Ja, es geht immer nur um Geld. Es geht nur um die Kohle. Scheiß auf den Geist. Was denn passiert ist, ist völlig egal. Money. Money. We don't need the money. Money. Gib uns ein Zeichen. Oh. Oh, fünf. Ciao. Geil. Okay, perfekt. Aber vielleicht ist es ja ein Mimic. Vielleicht ist es ja... Vielleicht ist es ja ein Mimic. Was wäre denn... Was wäre denn Mimic? Jetzt kommen wir nicht wieder mit dem Mimic. Wegen dem Mimic sind wir beide gestorben. Was wäre denn der Mimic noch für eine Sache? Vielleicht Fingerabdrücke. Fingerabdrücke musst du noch gucken. Gib uns ein Zeichen. Nee, so kann es nicht mehr geben. Soll ich nochmal reinstechen? Ja, stich mal rein. Warte, sei mal ruhig. Guck mal, ich mach jetzt. Stell dich mal neben mich. Drei, zwei, eins. Nochmal. Ja, stich rein. Irgendwas war hier gerade. Oh, oh. Die huntet, oder? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die Beweise. Ganz ehrlich. Nochmal rein. Komm. Guck mal, hier hat sich hier ohne Tür... Komm, wenn du dich die Tür bewegt, kannst du kurz gucken, ob der Finger abdrückt. Wo war das? Welche? Irgendwo hier. Guck mal schnell, ob du irgendwo an der Tür... Sobald du eine Tür hörst, musst du direkt gucken, vielleicht oben. Oh, sie hat Licht angemacht, oder? Dann musst du direkt auf den Lichtschalter gucken. Wo ist der Lichtschalter hier? Hier ist einer. Guck mal an. Das ist aber nichts. Ist es der hier? Ja. Ja, ist nichts. Weil manchmal ist echt nur ein Fingerabdruck dran, gell? Ja, 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 schon klar. Okay. Ich sag, das ist... Ding. Ich glaub, wir haben's. Ich glaub, diesmal haben wir ihn. Okay, ich hab alles reingespießt. Okay. Was hast du? Ich hab grad alles in den reingespießt. Ich dachte... Also, das war, glaub ich, schon Hand, ne? Weil die Tür war zu. War sie? Ja, ich glaub, die hat kurz gehandelt. Ja, aber dann ganz, ganz, ganz kurz. Weil meine Taschenhaber hat nicht mehr geflackert. Also, wir sagen mal Zwillinge, aber hier gibt's noch ein paar Aufgaben. Salz. Sollen wir nicht noch Salz machen? Wir müssen auch noch ein Foto machen. Weil die Aufgaben geben am meisten Geld. Tatsächlich. Ja, gut, okay. Dann pass auf. Dann nimmst du Salz. Ich nehm ein Fotoapparat mit. Ich mach mal ein Foto von der Voodo-Puppe. Und unten war noch ein Knochen. Den Knochen fotografier ich gleich noch mit. Äh, haben wir schon... Können wir keine Fotos mehr machen? Ach so, es geht erst draußen, oder? Weiß ich nicht. Probieren wir's mal. Okay, dann schmeiß ich aber das Kruzifix unten hin. Jo. Okay, ach, wir sollen alles, was der Geist schmeißt, und alles abfotografieren. Das gibt guten Money. Wir können doch nicht alles abfotografieren. Also, ich fotografier jetzt erstmal den Knochen. Ja, sehr gut. So, Knochen. Bei geschmissen hatte er ja irgendwo hier so eine Dose. Ah, nee, die war hier drüben. Da hat er einiges geschmissen sogar. Ja. Vielleicht kriegt die sogar beides gleichzeitig auf dem Bild. Warte mal, hier. Da hat er ganz viele Sachen geschmissen. Diese Geräusche machen mich fertig. Kick. Gib uns ein Zeichen. Hast du Salz gestreut? Nee, Salz hast du doch dabei. Nein. Ich hab doch gesagt, nimm du mal Salz. Ich nehm Futter. Oh, lol. Hey. Ich seh Ö. Oh, Gott, scheiße. Oh, scheiße. Lugulugulugulugulug. Mach du. Psst. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Also, in die Hand darfst du gar keinen Mucks mehr von dir geben. Die sind so... Also, auch nichts trinken. Gar nichts. Ich hab nichts getrunken. Das war der Geist. Okay, warte schnell. Das waren die Zwillinge. Raus hier, raus hier, raus hier. Wolltest du nicht fotografieren? Nee, wir müssen noch Salz unten hin streuen. Alter. Meine Sanity ist auf Null wegen Scheiß-Voodoo-Puppe. Ich hab dir aber noch einen Pilzen hier übrig gelassen. Guck mal. Oh, scheiße. Guck mal. Dann mach du mal Salz. Ich bleib jetzt hier. Ich fress mal die letzte. Ja, aber wer ist... Ich kann da nicht mehr runter. Ich kann da nicht mehr. Hey, du hast doch gerade genommen. Du hast wieder 36. Nimm Salz mit. Die wird aber wegen mir echt richtig... Ja gut, okay, dann mach ich das. Komm her. Nee, ich komm mit, aber wenn wir sterben, dann ist nicht meine Schuld. Wir sterben nicht, wenn dann nur du. Was soll da schon schief gehen? Macht eigentlich Rennen die Sanity auch mehr am Arsch? Weiß ich nicht. So, hier hat sie ja Kult. Äh, ja, da muss sie sich jetzt eigentlich zeigen. Geist, zeige dich! Zeige dich! Geist, zeige dich! Ich muss ein Foto von dir machen. Geist, zeige dich! Mach ein Foto! Mach ein Foto! Geist, zeige dich! Ich hab' dich für dich geopfert! Nein! Oh nein! Das ist alles nur meine Schuld. Ich wusste ja nicht, dass sie direkt... Er hat den Tripper mit nach Hause gelaufen. Oh nein! Okay, es ist Zwilling. Wir fahren! Du musst immer die Lampe ausmachen, sonst hätte die mich geholt, weil ich hatte weniger Sanity. Ich hab halt nur dreimal den Namen gesagt. Warum sind die bei Fortgeschritten so schwer? Mensch! Mensch! Das gibt's doch nicht. Das tut mir jetzt aber leid. Oh, es waren die Zwillinge. Max, es tut mir so leid. Du hast nur dreimal den Namen gesagt. Ich dachte nicht, dass... Willst du mich verarschen? Ich dachte nicht, dass die so durchdrehen. Das tut mir so leid. Ich steh' da unten und denk' mir... Oh, jetzt hab' ich über Schritte gehört, als sie den Namen gesagt hat. Bamm, Hand! Mach' ein Foto! Ich dachte, ich mach echt noch ein Foto und lass' deswegen die Taschenlampe an. Bamm, tot! Oh no! Es tut mir leid. Ich ging alles so schnell, es hat so weh. Den Spruch kenn' ich. Lass' uns doch mal... Wir machen jetzt noch ein, zwei Runden zu zweit und dann machen wir eine große Map mit der Community, okay? Weil ich will dir noch ein paar... Ich will noch diesen... Ähm... Was hatte ich noch nicht? Ich hatte eine Sache, hatte ich noch nicht. Ich will das noch ein bisschen ausprobieren. Also, Willow Street, hast du noch ein bisschen Zeugs oder wie sieht's aus mit dem Geld? Ja, warte, ich kann dich noch ein bisschen durchziehen, warte. Ich guck mal, wie viel Geld ich hab' ich hab' ich guck mal, wie viel Geld ich hab' ich hab'... Ich guck mal, wie viel Geld ich hab' ich hab'... Ja, ich hab' erst 2000 verloren, alles gut. Ich hab' auch genügend für uns alle. Yeah. Ey, weißt du, an was mich die Musik erinnert? So ein bisschen an, äh, an Nightmare on Elm Street. Äh, nicht Nightmare on Elm Street, Quatsch. Ähm, Ding ist hier, ähm, Edward mit den Scherenhänden. Ja, stimmt. Stimmt. Richtig, richtig schön, die Musik. Stimmt. Das ist alles so teuer, diese Kacke hier. Oh, genau, zwei, also zwei Taschenlampen, Thermo... Ja, ja, ich hau' alles rein, was ich hier kaufe. Am besten sind dann echt so Sachen wie Salz, Feuerzeug, weil die bringen am meisten, äh, Geld. So, guck mal bitte, ob alles drin ist, was wir brauchen. Ja. Ja, aber, passt. Ey, ich hab' noch 13.990 in Fazmo. Ey, oh, rich, rich kid, ey. Wie viel hast du? Naja, nicht ich. Dann hast du aus dem Chat jemand. Ähm. Okay. Ich hab' noch 4.000. Geier. 4.000 rein am Start, ey. Ich nehm' wieder Thermo und Büch. Mhm. So, der ist... Gut, dann nehm' ich noch den da. ... unten. Ich mach's kurz an. Wie heißt er? Jennifer Robinson. Hey, Mrs. Robinson. Da sagt jemand, das hat den Fazmo-Update minus 70k in Fazmo gemacht. Fühl dich. Was, was, was? Da hat jemand wegen dem Fazmo-Update 70k minus gemacht. 70k? Ja. Wie viel musst du spielen, um 70k im Spiel zu haben? Ja, mehr als die... Doppelt so viel wie die Lara. Das ist krass. So, Heizung ist an. Gib uns ein Zeichen. Oder sollen wir erst mal gucken, was es so an Objekten gibt? Ja, lass erst mal gucken, was wir wieder finden. Ich möchte den Spiegel sehen. Wo würde denn der Spiegel liegen? Äh. Oh, Schwubi-Duuu, ich wär' so gern wie du. Uh, uh, uh. Es geht wie du. Gnuuu. Oh, Gnubi-Duuu. So gern wie du. Uh, uh. Sein, äh, hier liegt ein Totenschädel. Ist das auch was? Nee. Sein wie ein Mann, so ein Mann wie du. Du musst auch die Schränkchen aufmachen, gell. Da kann, das kann überall drin sein. Okidoki. Äh, Pentagramm am... What the fuck? Hä? Wo? War das jetzt ein Hand oder was? Nee, es war ein... Vier. Vier. Es war hier, oder? Hier aber. Hier gerade vier. Alter, was geht denn ab? Was ist das für ein Geist? Hm. Ok, wo ist Pentagramm? Hier, beim Auto. Ok, aber hier ist der nicht. Warte mal. Nee, 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 nee. Der wird jetzt gerade hier rumgelatscht. Also. Gib uns... Hier, 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 hier. Hier ist gerade was runtergefallen. Komm mal her. Hier, Garage. Es ist gerade was runtergefallen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Jetzt gerade was runtergehauen. Na, aber EMF-technisch gar nichts. Absolute Nullanzeige. Gib uns ein Zeichen. Ach, hier. Guck mal, hier. Hier ist er. Ah. Sechs Grad. Sechs Grad. Schreib mir das Buch. So, Null Grad. Wir haben Null? Ja, aber noch nicht Minus. Aber ich habe hier kein EMF, ne? Gib uns ein Zeichen. Ich hole mal kurz noch was. Ja. So. Und wir müssen noch nach dem Objekt gleich suchen. Aber ich erst mal kurz Sanity. So, Geisterbox. Hast du Geisterbox dabei? Ja. Dann bring ich eine Kamera mit. Ich probiere sie mal. Kannst du mich hören? Bist du hier? Mach mal EMF. Er hat gerade was gedroppt. Minus. Wir haben Minus gerade. Sonst gib mir gerne mal das EMF, wenn du gerade die... Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? So, sonst lass uns den mal ignorieren. Und wir gucken mal kurz, ob wir noch irgendwas finden an Objekten. Ja. Wie alt bist du? Bist du hier? Gibt uns ein Zeichen. Aber in den Schränken drin ist doch eigentlich nie was, oder Leute? Würde mich schon stark wundern. Gib uns ein Zeichen. Ich hole nochmal was aus dem Bus. Ja. Äh, ne Kamera hast du schon aufgestellt, oder? Ja. Gib uns ein Zeichen. Aber, also, ich finde hier nichts. Ich glaube, ich habe gerade ein Orb gesehen. Ach stimmt, Pentagramm ist ja da, ne? Wir können ja... Wir haben Orbs. Okay, Pentagramm ist ja da. Wir können ja gar nichts finden. Gib uns ein Zeichen. Also gefehlt Temperatur und Orbs. Aber es könnte ein Mimik sein. Ja, deswegen nehme ich auch nochmal Fingerabdrück. Ich hole die mal kurz. Ey, dieser Mimik, ne? Der macht mich wahnsinnig heute. Ja, der ist echt scheiße. Der ist ein... So, also Box bräuchten wir? Ja. Box, äh... Revenant... Wäre Buch... Box und Buch. Okay, Buch ist drin. Box und Buch. Und Fingerabdrücke nehme ich noch mit. Okay, mehr habe ich auch nicht. Wir können ihn noch anzünden, ne? Ja. Wir können noch... Das machen wir am Ende für den Final Shot. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Schreib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das hier wirklich der Raum ist. Ich glaube schon, die sind ja auch Orbs, oder? Ja, schon. Das stimmt schon. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Sonst gib mir mal die Box. Manchmal antwortet der auch nur, ähm... Anderen Leuten. Schön Frauen, ja, okay. Mach mal. Nein. Bist du hier? Sollen wir gehen? Bist du hier? Ah, sehr faul, ne? Der handelt auch nicht und so. Eigentlich ganz entspannt bis jetzt. Ja, mach mal EMF an, sonst. Aber der antwortet... Ist die ganze Zeit an? Oh ja, wo hat er die Tür berührt? Hier, oder? Komm mal kurz her. Ah, nee, hier hinten. Wo? Guck mal, was ist hier? Irgendwo hat doch gerade eine Tür. Hä? Da! Schon wieder, oder? Ja, hier. Hier. Ah ja, Fingerabdrücke. Wir haben zwei. Wir haben Fingerabdrücke. Oh, das ist ein Handtou. Oder ein Mimic. Aber es könnte auch ein Mimic sein. Hier auch, ganz viel. Hier, ja. Foto? Kannst du eins machen? Soll ich die Kamera holen? Warte, ich hole die Kamera. Dann hole ich auch gleich noch, äh, äh, ähm, Feuerzeug. Aber die Fingerabdrücke sind halt leider nicht mehr lange da. Die bleiben immer nur kurz. Warte, warte, warte. Ich beeil mich. So, Kamera und Feuerzeug, okay. Nimm mal Sanities, sonst hantet der bald. Wir werden gleich das Pentagramm entzünden. Der hantet eh gleich. Nein. Was ist es denn, wenn es Mimic ist? Weil jetzt sagt er ja Handtou. Was wäre denn Mimic noch? Ich guck mal kurz. Ich wäre dafür, dass wir bei Handtou bleiben. Äh, Mimic wäre noch Geisterbox. Okay. Mimic wäre noch Geisterbox. Aber das hat er ja wirklich nicht gemacht. Nee, da hat er gar keinen Bock drauf gehabt. Okay. Hast du ein Feuerzeug dabei? Ja. Lass uns zuerst aber mal die Sachen wie Kerze ausblasen, Räucherstäbchen und Co. machen. Ja. Weil es gibt am meisten Geld. Okay, dann nimm mal mit. Kerze. Nein, wir haben keine Kerze dabei. Scheiße. Hast du noch ne Kerze? Weil wir haben leider keine dabei, glaub ich. Ne, ne Kerze hab ich nicht. Ich hab nur ein Feuerzeug. Okay, ist nicht schlimm. Aber dann ist der ja doch nicht hier, oder? Ich räuchere jetzt einfach mal. Let's go. Ja, wir müssen hier rüber gehen. Ich glaub, der ist ja einfach hier im Vorraum überhast. So. Ich hol jetzt mal noch. Äh. Was vielleicht? Ein Fingerabdrückchen, weil dann sehen wir noch, wo... Ah ne, Fotos. Foto, 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 Foto. Foto, Foto, Foto. Kerze ausblasen und Sanity unter 25. Wenn du noch kurz drin bleibst, haben wir gleich Sanity unter 25. Na klar, ich geh rein. Dann geh aber runter in den Keller, dass Pfizer-Hunter dich nicht kriegt. Mach ich. Danke, Vela, für 5 Euro. Dankeschön, Christine, für 13 Monate. Dark Meire. Schnuck. Schnuckel, Toasty. Creeper-Ente ein Jahr. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke, Eika. Danke. And sometimes different. Okay, perfekt. Versteck dich gleich in den Raum. Du hast jetzt 29 Sanity. Mach mal Licht aus, vielleicht geht's dann schneller. Ach so, durchschnittlich. Scheiße. Okay, das Mitte 25% bringt dir gar nichts, weil da steht durchschnittlich. Ich bin ja nicht da. Perfekt. Wir sollen noch den Schädel... Was sollen wir? Den Schädel fotografiere ich nach oben. Ah, guter Punkt. Okay. Äh, äh. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Zeichen, Zeichen. Ist da ein Hall oder was dabei? Zeichen, Zeichen, Zeichen. Was war das? Gib uns ein Zeichen. Zeichen, bitte. Gib uns ein Zeichen. ok dann lass mal den kreis machen oder ja ich werde dann auch direkt fotografieren direkt weg ja ich mache ein foto und lauf los ja ok bist du bereit ja was die hässlich warum oh mein gott ich hätte einfach meinen mund halten sollen ich habe zu früh geschrien ich habe zu früh geschrien online ich habe zu früh geschrien die war an der anderen seite und würde mich in den bus verpieseln ich guck mal aufs brett und so aber ich würde sagen let's call this ghost night ich glaube ich glaube wir haben ihn rausgefunden so zählen die 25 prozent natürlich auch scheiße beine sogar überkreuzen schädel habe ich fotografiert kann man ihn mitnehmen scheiße 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 ich weiß nicht ob du im bus bist bringen sie ja gut kerze haben wir halt nicht also ich würde jetzt einloggen den hand und würde sagen wie die mit Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Scheiße. Hey, sag mal, haben wir jetzt weniger Geld bekommen, als davor, wo wir gestorben sind? Äh, wäre wegen der Versicherung wahrscheinlich, ne? Was für eine Versicherung? Weil, bei Fortgeschritten bekommst du noch Versicherungen, glaube ich. Okay. Sollen wir jetzt mal... Bevor wir sollen, muss ich was von dir erfahren. Ja. Weil jetzt, wo wir nämlich hier gerade sind... Hier, lass mal ein bisschen zu der Musik gehen, weil es ist so schön nett hier beim Ofen, so ein bisschen chillen. Weil nämlich vor mir liegt etwas, und zwar Birdiebots wohnen sämtlicher Geschmacksrichtung. Und das erinnert mich daran, dass du ja in der Potter-Welt warst. Ja. In den Wörsel war das, oder? Ja. Kannst du mir da ganz kurz... Vielleicht hast du das auch schon gemacht, falls du es schon irgendwie breit erzählt hast, alles. Nochmal kurz für mich zusammenfassen, weil ich finde es mega spannend. Ich würde da auch gerne mal hin. Ist es... Also lohnt es sich? Geht auf jeden Fall hin. Ich war es schon zum zweiten Mal. Ich muss aber gestehen, ich bin jetzt nicht so ein krasser Harry-Potter-Fan. Ja, aber ich meine jetzt mal so davon abgesehen... Also trotz, dass ich kein krasser Harry-Potter-Fan bin, ich finde es cool, aber ich bin nicht ein krasser Fan. Ist es echt geil. Also kannst du dir vorstellen, wie es ist. Aber es ist super spannend, oder? Ja, voll. Also auch allein, wenn man den Film gar nicht gesehen hat, wäre es spannend. Ja. Geil. Ja. Aber Butterbier ist scheiße, ja? Ich fand es gar nicht so schlimm. Es ging. Ich hätte es mir halt anders vorgestellt, aber... Oh, guck mal, die Tür ist gerade aufgegangen. Was? Ja, ja, die geht manchmal auf. Der Wind, der daran rüttelt. Kannst aber zumachen. Nee, ich mache das nicht zu. Du kannst die zumachen. Die geht gar nicht zu. Die geht nur manchmal auf. Nee, die geht nicht zu. Die geht nicht zu. Mach du sie zu. Natürlich geht die zu. Guck mal, du kannst auch hier die Sachen aufnehmen und so und Sachen spielen hier. Da können wir das Goodgame spielen. Ja, machen wir das. Nee, aber mach mal die Tür zu. Ernsthaft. Nee. Ich habe gerade einen Ring in der Hand. Ich kann gerade nicht. Mach die Tür jetzt zu. Wieso denn? Weil die gerade aufgegangen ist. Ich schwöre, ich will nicht hin. Nein, da oben ist auch jemand. Wo ist jemand? Da oben. Stimmt. Nee, das sind zwei Schneeflocken, die auf der gleichen Stelle fallen. Nein, das beobachtet dich doch, wenn du dich bewegst. Nein. Ja, dann geh mal zur Tür. Nein. Nein, geh doch mal zu hier zum Schrank. Meine Community möchte auch, dass du die Tür zumachst. Okay, ich mache den Schrank auf. Geh doch mal zu dem Schrank. Erwin? So, jetzt gehst du zur Tür. Nee, ich kenne die Tür ja schon. Ach so, oh Mann. Ich weiß, sie hat sich schon mal zugemacht, als der Wind kam. Okay. Soll ich jetzt, pass auf, soll ich jetzt zur Tür gehen und so richtig überrascht tun? Nein. So ganz, ganz miese Schmierentheater. Das ist nicht befriedigend. Ich mache so richtiges Schmierentheater, ja. Okay, ich gehe jetzt zu der Tür, ich mache sie jetzt zu, weil du hast gesagt, dass da manchmal der Wind zieht und man kann die zumachen. Hm, okay. Ah! Das war sehr überraschend. Also sehr, sehr überzeugend. War sehr gruselig. Okay, füg mal die Sachen hinzu. Ich mache jetzt mal Lobby-Leak, okay? Lobby-Code-Leak. Warte mal, ich wollte mit dir hier noch ein Spiel spielen. Wir können hier so ein kleines Trinkspiel machen. Guck mal. Du musst treffen. Oh nee, da bin ich ja gleich dicht. Das kannst du vergessen. Das habe ich so lange versucht, die Scheiße. Okay. Also, ich zeige euch auch noch mal kurz, was bei der Tür passiert, für die, die es sehen wollen. Let's go. Es wird laut. Boah, das ist so laut, ne? Okay. Ich mache Lobby-Leak-Code. Let's go. Scheiße, Mann! Wieso klappt das nicht? Hallo? Hallo? Boah, das ging ja schnell. Ich bin zu blöd, um hier den Scheiß-Ring da drauf zu werfen. Wir haben Freunde hier. Hallo? Hallo? So, einmal an, äh, Sashira und an Mini-Malo-Nils. Das kann doch nicht wahr sein. Genau, hallo. Hallo? Da hat aber jemand schon lange gespielt. Ey, geil. Wollt ihr unsere Sachen... Wollt ihr unsere Sachen... Ach, ihr habt schon alles aufgefüllt? Süß! Ja, klar. Süß, das ist so lieb. Das kann doch nicht wahr sein. Max! Wir haben Gäste! Jetzt stell dich mal vor, wir haben 1.562er und auch eine... Ja, also krass, ne? Nils und Sashira? Ja, aber 1.000, das ist schon heftig. Süß! Das ist eine Ansage. Das heißt, dass du auch gut mit dem Ringe werfen... Bist du gut mit dem Ringe werfen? Ja, mach mal. Oh nein, Max, jetzt hör auf! Oh nein. Wir machen jetzt folgendes. Wir stellen uns hier hin. Guck mal, hier. Hier, ab hier muss man werfen, okay? Du darfst nicht treffen. Ja. Okay, du fängst an. Oh! Gut, okay. Jetzt für dich. Oh! Oh! Der war mal... Mädels, was ist los mit euch? Spielt ihr nicht mit? Nein, ich will jetzt ein Fassboch rein. Ja, echt mal. Okay. So, let's go, meine Freunde. Das war so knapp. Ey, danke schön fürs Auffüllen übrigens. Ja, danke schön. Kurze Frage. Okay. Streamt ihr beide? Ich ja. Ich nicht, ne. Wie heißt du da? Also, ich stream gerade nicht aktuell. Aber du kannst trotzdem Werbung machen. Danke. Das ist süß. Sag ruhig, wie du heißt. Ja, also, Zashira. Da. Mit zwei Unterstrichen. Da. Zashira mit zwei Unterstrichen. Könnt ihr gerne reinposten. Und du streamst auch gar nicht? Ich streame gar nicht. Ich hab's überlegt an zu fangen, aber... Okay, dann... Du hast einen ziemlich aggressiv ausrasierten Nacken. Stimmt's, der Charakter. Alter. Ey, aber kann einer von euch, Mädels, kann einer noch ein... Ach so, ne, ihr habt eh schon... Okay, alles gut. Also, wir machen jetzt Profi, ne? Let's gooo. Ich... Ich kann da einfach chillen. Hey, äh... Ohne Witz, die Lobby von Fasmo finde ich es so schön. Ich würde da einfach chillen. Ich hab auch einfach die Musik ausgemacht, falls dir eingefallen ist. Aufgefallen ist. Du Arsch, warum... Das ist einfach beendet. Willst du nicht, dass ich mich wohlfühle? Bei dir zu Hause? Wow, das ist so eine... Eine schöne... Ein schöner, voller Schrank. Ich würde sagen, der Nils, der zeigt mal an. Wir folgen dir. Was sollen wir tun? Verteil die Aufgaben. Du bist der Profi. Ich... Ich geh zuerst das verfluchte Item suchen. Was ihr macht, ist mir relativ egal. Nils! Nils! Klasse! Klasse! Also, wir drei gegen den Geist und noch ein Dude. Nein, ich mach dann die Heizung an. Ich mach die Heizung an, okay? Gut, dann würde ich in dem Van bleiben und gar nichts tun. Das ist wie, wenn du irgendwo alleine in der Wildnis bist und freust, dich einen Profi gefunden zu haben, der so... Ich mach jetzt einen Bär, was du machst, ist mir egal. Wartet auf mich! Oh, geil. Feier ich. Ich geh einfach mal hoch. Ich rock das Ding eh alleine. Mir Latte. Ich zieh euch da durch. Ich und die Suppe. Okay. Heizung ist an. Klop. Danke. Ja, ne, doch. Ey, ganz ehrlich, das ist so der Kevin-Allein-zu-Haus-Kamin hier. Voll, gell? Ja. Ho, 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 ho. Na, 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 na. Ey, hast du das gesehen? Was? Hast du das gesehen, dass man das Haus von Kevin-Allein-zu-Haus halt bei Airbnb mieten kann? Ja, krass. Ey, ohne Scheiß. Geil, ich komme. Wie geil wäre es, das Haus zu mieten für Airbnb, einfach mal so einen kleinen Urlaub machen. Und dann Streams dort machen, das wäre richtig geil. Und dann Streams dort machen und dann halt Kevin-Allein-zu-Haus nachspielen. Das wäre richtig geil. Dann brauchen wir eine Vogelspinne. Wir brauchen zwei Einbrecher. Boah, aber was für eine Stimme ist der auf Speed? Nochmal mit ihm reden. Wo seid ihr denn? Ey. Nun, wir sind jetzt nur noch hier zur Zierde da, ne? Ja, wirklich, wir machen gar nichts. Wir sind Deko. Wir sind jetzt nur noch hier Ausstattung. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich will es hören. Das klingt richtig krass. Was willst du? Boah, was will er? Wie alt bist du? Was willst du? Okay, krass. Bist du ein Kind? Okay. Was haben wir jetzt? Geisterboxen und Gefriertemperaturen. Wir haben Orbs. Oder? Ja, könnte ich aber auch ein Mimik sein. Also, wenn ich noch einmal das Wort Mimik höre, ich höre jetzt wahnsinnig. Mimik? Nee, wir haben Orbs. Mimik? Hä? Dann haben wir doch alles, oder? Ja, aber es könnte noch ein Mimik sein. Das ist ein neuer Geist, der imitiert quasi die anderen. Deswegen mal lukern. Aber der Geist ist aufs Spiel. Vielleicht mal ein paar Sanities essen. Mimik, wenn wir in der Fingerabdrücke, das haben wir noch nicht, nee. Dann klubschen wir mal nach Fingerabdrückchen. Nimm mich einfach mal auch. Das wäre so witzig, wenn man sagt, Geist, gib uns Zeichen. Auf einmal hast du so einen Fingerabdruck, Handabdruck am Arsch. Ich würde so lachen, wenn der auf uns anfassen würde. An den Brüsten. Ja, so zwei Fingerabdrücken an den Buben. Das ist ein Special-Ding hier, wenn wir in Wettergaben oder sowas. Ich habe ein Grund, äh, ich habe das Wheelchair-Brett. Ach, du hast das Wheelchair-Brett einfach mal gezogen und hast nichts gesagt. Das war, ich habe es gerade erst gefunden. Das würde ich jetzt auch behaupten. Wollen wir mal was Cooles machen? Ja. Ja. Hide and Seek. Ach komm, so gut, verstecken. Nein, nein, was machst du da? Auf Englisch kannst du sagen, Hide and Seek, dann zählt er von fünf auf eins runter und dann fängt an zu handeln. Boah, geil. Oh mein Gott, nein. Cool. Cool, dass du uns so vorwarnst. Noch mal, noch mal. Direkt wieder drauf gehen. Komm, wir machen das, komm, wir machen das. Warum bist du hier? Hide and Seek. Suchen und zerstören. Super. Das reagiert gar nicht. 5, 4, 3, 2, 1, los. Hol mich. Telefon. Der reagiert ja gar nicht. Ähm. Suchen und verstecken. Fang mich. Bye. Hide and Seek. Mäuschen piepst einmal. Vielleicht muss man das erst anmachen, das Board. Ne. Ne, sobald das Teil da liegt, kannst du eigentlich. Okay. Bei uns ist das immer zerbrochen. Ach, okay. Weil du nicht beisagst. Hide and Seek wurde scheinbar rausgepatcht gestern. Ach Mann. Oh. Oh Mann. Äh, gib uns ein Zeichen. Warum bist du hier? Als er uns noch nicht mal eine Antwort gegeben hat. Wieso bist du hier? Wieso ist das so? Magst du Brüste? Deswegen wir hier. You. Magst du Boops? Oh, der mag dich. Der mag dich. Hide and Seek. Ach du Scheiße. Holy Shit, wie das aussieht. Oh Gott. Der Ha- Äh, der handelt. Nils. Ist der tot? Hey, der handelt sich mehr. Der handelt sich mehr. Och Mann. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Halt ihn. Hä? Scheiße. Was ist das hier denn wieder? Ab zum Mutterschiff, Nils. Was ist denn passiert mit dem Ouija-Board jetzt? Äh, wir haben nicht beigesagt und dadurch ist es wahrscheinlich zerbrochen. Ach so. Ach Nils, du hast so eine entspannte Stimme. Danke. Nils, ich möchte mit dir ins Asylum. Möchtest du auch mit uns ins Asylum? Nee, bitte nicht Asylum. Gerne. Doch Mann, mit Nils rocken wir das durch. Ich bin aber wahrscheinlich der jüngste, ja mit Abstand der jüngste hier in der Gruppe, also. Echt? Echt, wie alt bist du denn? Was schätzt ihr? Boah, das ist jetzt interessant, ne? Weil wenn du, hm. Also von der Stimme hätte ich aber eher gesagt so 25 oder so. Ja, ich hätte von der Stimme sogar wahrscheinlich 35 gesagt, aber wahrscheinlich bist du jünger, sonst würdest du das nicht sagen. 17? Ich bin tatsächlich 18. Ach was. Oh. Wow. Digga, wie viel hast du schon in deinem Leben geraucht? Gar nichts geraucht. Gar nichts hast du geraucht. Ah ja. Da haben wir ihn. Alles klar. Nils, Abfahrt. Wahrscheinlich ist Nils auch 16. Er sagt nur 18, damit wir ihn nicht aus der Lobby droppen. Oder er hat einen Stimmverzerrer drin, weil ich es vorhin gesagt habe. Ja, wahrscheinlich. Ich bin 2003er. Oh, süß. Ja, 2003 hast du angefangen mit Rauchen. Nils, jetzt habe ich Muttergefühle. So. Hä, süß. Okay. Mama, Magnoo, pass auf mich auf. Ja, oh, da schmelze ich dahin. Ja. So, ich würde sagen, ich mache noch ein Foto. Der Nils carried es trotzdem. Warte mal, was ist denn unser dritter Beweis? Ja. Haben wir einen? Box, Box und Gefrier. Ja. Ja, Mann, ey. Also, Max, jetzt konzentrier dich mal. Oreo. Genau, ist ein Oreo. Ey, wir haben schon mal so eine Lampe an den Kopf bekommen. Komm, wir machen jetzt einen Geisterfädel. Scheiße, der war voll belächert, nicht der Wurf. Bisschen Cash. Ja, Cash. Cash ist immer gut. Ja, ja, genau. Ja, das machen wir. Das ist eine super Idee. Soll ich auch irgendwas mitnehmen oder soll ich einfach nur hinterherlaufen? Ich glaube einfach hinterher, ja? Kamera. Dann bist du ja doch der kleine Nils. Hahaha. Wo ist denn der kleine Nils? Ist der schon rein? Nee. Hä, was hast du... Schon, oder? Ich dachte nur nicht gerade, warum sehe ich meinen Arm? Ich habe doch gar kein Feuerzeug. Alter, ich bin verrückt hier. Äh, ich freue mich ja. Wer macht das Foto? Ich habe ein Foto. Sehr gut. Okay. Ja, perfekt. Mach ein Foto einfach. Von was? Ist da eine Kamera von euch hier unten? Ich verreck eh wieder. Oh, Scheiße. Max, nein. Ich will die Sterne. Ja, perfekt. Danke. Ich will drei Freibahn überleben. Oh, nein. Oh, nein. Oh, seine Kamera. Oh, when you tried your fist, when you didn't succeed. Ich würde sagen, wir haben ein Foto. Irgendwer hat nicht Grillen genommen. Ja, der Max. Deswegen ist der jetzt auch weg. Wir haben jetzt noch einen Bewegungsinsuch einbiet. Ja, oder lass... Ja, genau. Machen wir doch das und dann gehen wir ins Asylum. Das fühle ich gerade. Das fühle ich gerade sehr. So, also ich finde, die Anwesenheit eines Geistes haben wir doch jetzt... Ach so, das ist Bewegungssensors. Okay. Ich schaue durch deine Kopfkamera, Li. Ah, was eine coole Truppe. Das ist eine coole Truppe, Leute. Lalalalala. Wir spielen mit Community. Doch, der macht es schon, der Nils. Der Nils, der rockt es. Ja, ist schon durchgelaufen. Oh, er hantet. Nils... Oh, oh, oh. Nils rafft es aber. Nils, der Checker. Er macht sogar noch zu. Ich glaube, wie ein Tiefen entspannt der Nils ist. Komm schon, Nils. Ach, das war nur ein Event. Ja, easy. Easy. Yes. Huh. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin sehr stolz auf euch. Dann lasst uns fahren. Ab ins Asylum, Mann. Warte mal, haben wir den Knochen? Wir haben den Knochen nicht fotografiert. Wo ist der? Weißt du? Das geht gar nicht. Ja, der ist im... Ja, der ist im... Oh. Ja. Okay, dann gucken wir beide durch Nils Kopfkamera an. Der rockt es. Komm doch mal mit. Okay. Oh, süß. Er will nicht allein gehen. Oh, es ist lieb. Man muss 18 plus sein, um mit dir zu spielen oder im Stream zu reden. Also mein Stream ist ja eh ab 18. Das Problem ist halt, wenn wir Spiele spielen, die halt ab 18 sind. Und man hört, ihr seid es halt eindeutig nicht. Ja, ich habe den Stream auf 18 geschaltet. Ja, alles klar. Aber es ist halt trotzdem immer blöd für den Streamer. Dann einfach. Deswegen ist mir das lieber, wenn ihr auch dann älter seid. Wir haben keine Orbswärmfingerabdrücke. Oh nein, das ist ein Mimic. Krass. Was ist denn dann ein Mimic? Wir hatten gerade keine UV-Lampe mit. Deswegen habe ich auf gut Glück ein Foto gemacht. Ach, krass. Voll, voll, schlau. Geil. Richtig schlau. Nils. Sehr gut. Dann ab ins Asylum. Yeah. Oh, warte, warte. Oh nein, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ah, doch. Ich habe es noch geschafft. Ach, sehr gut. Ich habe gerade, ich habe gerade aufgemacht. Okay. Das ist aber lieb. Geil. Jetzt rasieren wir Asylum. 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 Geil. Yes. Yes. War ein Mimic. Mega gut, ey. 35, yes. Ey, Gnu, du hast bei mir einen neuen Spitznamen. Du bist bei mir jetzt einfach GG. Garstig ist genug. Warum? Einfach so, du hast dich so gefreut, dass ich tot war und dann hast du einfach mit mir im Bus gechillt. Ja, weil ich Arschloch die Tür zugemacht habe. Ich wusste nicht, dass du hinter mir bist. Ja, das kam noch dazu, ey. Ich renne wieder mit dem Fotoapparat gegen die blöde Tür. Nimm mir, ja, danke. Nicht nur, dass ich das letzte bin, der das blöde Foto machen soll, sondern ich darf auch wieder drauf gehen. Tut mir leid. Ich habe nicht gedacht, dass du hinter mir bist. Nein. Dein Lacher. Ich muss mal den Nils das fragen. Nils, glaubst du, wir schaffen Asylum Profi? Locker. Oh, ja, genau das will ich hören, Mann. Okay, let's go. Was machen wir? Asylum, Asylum Pro. Oh mein Gott. Albtraum, genau, sorry. Asylum, Albtraum. Das fühle ich sehr. Let's go, Mann. Da habe ich Bock drauf. Rein da. Tati. Tati. Du musst doch bereit drücken. Ich bin bereit. Nein. Bist du nicht? Hä? Oh, scheiße. So, ihr dürft jetzt wetten im Chat, ob wir Asylum schaffen oder nicht. Auch gern gegen Knugroschen, Mann. Let's go. Ich wähle die Schlüssel. Ja. Mal sehen, ob das klappt. Oh, die Fernseher sind auch schon im Arsch. Also, wie finden wir jetzt bitte die Heizung? Äh. Gar nicht. Gut. Ich kenne Passpots. Ich kann mal, ich kann die Spots mal abklappen. Okay, das wäre super. Krass, ey. Können wir denn hier im Bus bleiben? Du musst doch wieder sterben. Ja, aber ich würde am Ende des Fotos machen, draufgehen und dann würde ich den Rest einfach hier warten, okay? Weil ich kenne mich in Asylum eh nicht aus. Ich verlaufe mich hier sowieso immer. Aber ich hasse Asylum. Moin, alles klar. Dann komm mit mir mit. Ich, ja, perfekt, komm ich mit dir mit. Ja, ich komm, ich komm mit dir mit, Nils. Perfekt. Okay, wir gehen jetzt einfach mal mit oder woanders hin, weil ich glaube, bevor die Heizung nicht funktioniert, oder sollen wir allein, oder? Also, ich kann auch ganz schlechte Orientierung sein. Ich hasse das, ja, deswegen, ich hasse Asylum auch. Wir laufen den einfach hinterher. Okay. Damit er uns alle weg, damit er uns alle auf einmal wegmachen kann. Hier ist ein Telefon. Wer ist das Telefon, Leute? Oh. Voll nah anscheinend auch. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich komm da jetzt einfach mal mit. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Aber in welchen Räumen gibt's denn Telefone? Also, hier war gerade, oh, die Tür hier ist offen, angeklappt. Ist das hier ein Telefon? Habt ihr was gefunden? Wie viele Räume sind hier? Hier ist ein Klo. Wir halten das gerade über den Mädel. Der Nils ist erst 18, jetzt reiß ich zusammen. Ja, der Nils, der muss direkt mal hier ein paar Insider-Informationen bekommen. Gib uns ein Zeichen. Nils, das kann man doch nicht so sagen. Das ist jetzt aber echt übertrieben. Nu, Nils wird komisch. Ich komm runter. Wir kommen runter. Stimmt da bei dir irgendwas im Hintergrund? Ich hör immer nur so, oh, oh, oh. Sorry, das ist meine Katze. Oh, süß. Nein, das ist kein Problem. Ich dachte, was geht denn bei dir ab? Das ist meine Katze. Das würde ich jetzt auch sagen. Ich höre nur die ganze Zeit so, oh, oh, so eintönig. Nun, Nils weiß nicht, wo er hinläuft. Er hat sich verlaufen. Nils! Höre ich hier Wasser? Das ist bei dir. Hast du ein Aquarium? Ich weiß gar nicht, ob irgendwo ein Waschbecken geht, ist das Aquarium? Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, wir werden sterben. Ja. Nu, Nils hat mich angefasst. Nils, es ist richtig, jetzt aktiv zu werden. Du bist doch so ein kleines Frischling. Es war nur ganz auf dem Flug, okay? Oh mein Gott, was machen die da? Scheiße. Gib uns ein Zeichen. Er hat gesagt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Oh mein Gott. Gib uns ein Zeichen. Seid ihr unten oder oben? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich glaube, das Telefon war irgendwo oben. Ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen hoch. Ich glaube, auch an der Rezeption war eins. Oder? Ja, es war definitiv oben. Let's go upstairs. Und wie lange streamst du schon? Ich bin gerade ein bisschen nervös. Oh, alles gut. Süß. Seit Juli. Diesen Jahres. Macht es dir Spaß? Ja. Wie oft streamst du so? Also sitzt du nebenbei als Hobby? Oder ist es dann auch schon so, dass du sagst, du willst davon leben? Oder einfach nur mal so? Nee, einfach just for fun. Ah, cute. Und ja, zurzeit sehr, sehr unregelmäßig, weil halt privat wir los ist. Ja. Ich wollte eigentlich einen Streamplan mal machen, aber dann habe ich gemerkt, so scheiße, ich kann das ja gar nicht einhalten. Ja, wenn wir auch so. Das ist halt dann Alibi-Streamplan. Ich würde immer hinschreiben, vielleicht, 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 dann ist ja auch keiner böse. Ja, genau. Aber du hast eine sehr angenehme Stimme. Ich sehe schon, die Gnus werden schon alle schwach. Guck mal, was wir gefunden haben. Oh, komm, wir spielen damit. Okay. Wo bist du? Was sage ich? Hallo? Wo bist du? Ah. Ja, ich weiß nicht, das gibt mich. Oh. Klu. Uh. Wir haben ein Sweeterboard. Wo denn? Operation. Der ist irgendwas mit Operation. Boah, wie lang ist das Wort? Ich habe jetzt nicht mehr aufgepasst. Erst irgendwas mit Operation. Goodbye. Goodbye. Oh, oh. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tschüss. Grüß, Göttle. Servus. Goodbye. Scheiße. Wo bist du? Soll ich nochmal schreiben. Oh. Ähm. Wir haben uns verlaufen. Wir sind direkt am Eingang. Huntet der jetzt? Der ist hier, ja. Hand. Er ist irgendwo hier. Er huntet gerade. Ich habe ihn gehört. Ja. Ja, es gäbe es schon rechts von uns. Es gäbe es rechts von uns. Es gäbe es rechts von uns. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Pst. Nein. Nein. Wir sind alle sterben. Nein. Der Lacher hat uns getötet. Zitter nicht. Warum zitterst du? Oh, Scheiße. Nein. Ich wollte... Das war bitter. Ich glaube, der eine Lacher hat uns gekillt. Ja, ich glaube auch. Der Geist gleich... Oh, ich weiß, wo du sie sind. Ist nicht schlimm. Wieso sind wir alle zusammen? Es ist kaum. Nils, du bist doch unser Motorship. Ja, eben. Wir sind dir gefolgt. Ich wollte eigentlich sagen, zitter nicht. Warum zitterst du? Ach, komm, wir müssen noch eine Runde machen. Das geht so nicht. Wir müssen ein Asylum schaffen, Leute. Können wir nicht prüfen? Ich habe keine Kopfkameras mehr. Du hast doch bestimmt genug Geld, Nils. Das ist jetzt einfach nicht so geil. Ich hole das. Kein Problem. Ich war ja da im Schriemen, hat seit dem Update Nils 70.000 gemacht. Ach, du warst es. Ey, das ist schon hart, ey. Das ist schon echt hart. Ach, scheiße. Also, ähm... Deswegen sterbe ich gerne. Also, er kennt sich gut aus. Aber mit Weihnachtsliedern war es ein bisschen schwierig. Wir haben versucht, zusammen zu singen, aber es klappte nicht. Okay, die... Also, um meine Community, was habt ihr eigentlich abgestimmt? Ähm, Details? Wir haben... Was haben die abgestimmt? Weil die durften über... Entscheiden, ob wir leben oder nicht und haben mit ganz viel Gnougroschen. Ja, 74% haben an uns geglaubt. Oh Gott, wir haben die voll enttäuscht. Das war ein Riesenfehler. Das war ein Riesenfehler. Okay, dann macht mal ready, dann gehen wir rein und es geht wieder los. Wuuuuh. Teddy. Teddy. Teddy, du musst bereit drücken. Ja, ich war... Okay, Leute, jetzt schaffen wir das. Also, Regel Nummer 1. Bei Albtraum nie auf einen Haufen gehen. Ich hab aber Angst allein. Guter Punkt. Stimmt, eigentlich sollten wir das alles so machen. Was soll man? Weil man kann ja auch mit der Kamera eigentlich gut laufen. Also, Nils. Was sagst du an? Au, ich muss das mal machen. Das ist eine gute Idee. Kerze räuchern und EMF. Okay. I'm so excited. And I just can't hide it. Oh, ich will mal diesen Audiosensor nehmen. Die haben da irgendwie... Ja, das ist voll geil. Nimm mit, was du magst. Wir sterben eh. Sonst hab ich wieder ein Ohrwurm. Okay. Wer hat an der Uhr gedreht? Oh, nee, ich brauch doch eine Tasche. Ist es wirklich schon so spät? Hey, Gnu. Ja? Kannst du ein Weihnachtsgedicht aufsagen? Ja. Gön geht die Sonne auf. Silberböckchen fliegen. Frisch gep***et. Mami auf. Papi bleibt noch liegen. Okay. Es sei ein Mann. Du kannst es schaffen. Ich fühl mich nicht bereit. Tschüss. Ach komm, du musst dein Mann werden. Sieh Prüfung zum Mann. Man wird kein Mann, wenn das erste Schamhaar wächst, sondern wenn dir drei gestörte Streamer hinterherlaufen und deinen Schutz suchen. Und wollen, dass du Weihnachtslieder singst. Ja. Also ich kann euch keine Witze erzählen. Meine Witze sind sowas von derbe und wenn ich den hier erzähle, werde ich sofort gestrikt. Oh, Tür, 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 Tür. Bitte erzähl ihn. Erzähl ihn. Er war schon Tür. Von hier. Hier wurde es gerade ungelaufen. Du, ich will den Witz. Hier. Nein, erzähl ich dir nachher über WhatsApp. Hier, hier, hier. Ja, hier sind zwei. Was willst du? Sechs. Weihnachtslieder. Boah. Finger abdruck, Finger abdruck. Oh yeah. Wow, wir haben sogar einen Beweis. Hier hinter. Wir müssen nachher mal das Parabol-Mikro mitnehmen und gucken, was hier so abgeht. Äh, haben wir es nicht dabei? Ne. Weiß ich nicht. Ich nicht. Dann kannst du mittlerweile herausfinden, ohne Beweise aufs Nebenche ist oder nicht. Ach so, echt? Weil die Benche hat... Oh, Minus, Minus 0,8, Leute. Ui. Nice. Minus, gerade, gerade. Oh, geil. Jo, Minus gerade. Alter, wir haben zwei Beweise. Was geht denn ab? Das kann schon wie ein Mimic sein. Wir sind halt Prokis. Hören wir auf mit dem Mimic. Haben wir eine Kamera dabei, dass wir gucken können wegen Orbs? Er schmeißt schon wieder. Ist hier keiner. Der 3 ist hier drin. Rudolf, the red nose, dream dear. Have a little shiny note. Rudolf, the red nose, dream dear. Habe ich gerade einen Orbs gesehen? Warte, wir gehen mal weg mit dir. Echt? Ja, ich sehe einen Orbs. Ja. Du siehst einen Orbs? Also wäre es ein Handtuch, aber Handtücher sind doch eigentlich in Bädern. Der war so schlecht mit dem Dummens. Ich muss, bei Handtüchern muss ich immer sofort an Tauli denken. Ja. Ne, an das gestörte Handtuch von South Park. Wie hieß das nochmal? Ja, Tauli. Ach, das ist Tauli. Okay. Hey, you want a hug? That's what Tauli says. Don't forget to bring your towel. Ich glaube, wir können jetzt mal alle anderen Sachen abfangen. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Wir kriegen doch nicht mehr Beweise als zwei, oder? Ach, stimmt. Ach, stimmt. Wir kriegen ja nicht mehr Beweise als zwei. Ja, da muss euch hier der Phasmo-Profi, Albtraum-Profi mal wieder sagen. Aber wir haben doch drei Beweise. Ne, zwei haben wir ja, ne? Scheiße. Wir haben uns verlaufen, warum lauft ihr mir hinterher? Ich weiß das selber nicht. Wir müssen jetzt links. Wir können mich aus in dem Haufen hier. Doch, doch. Er ist richtig. Ich hab den Weg. Alles gut. Okay, lass mal schnell Facenities essen. Okay, also wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir zwei. Und wie kriegen wir jetzt den nächsten raus? Jetzt müssen wir halt raten, anhand der Sachen, die er macht, was er ist. Aber wir könnten jetzt eigentlich schon mal eine Kerze und Räucherstäbchen mitnehmen und die Aufgabe machen. Nicht wahr, Nils? Mhm. Oh nein, Nils hängt. Bitte sag. Ah, guck, ich dachte, Nils fällt raus. Nils sind da. Ähm, vielleicht eine Kerze und Räucherstäbchen. Und dann müssen wir anhand der Art halt, wie er ist und wie er so spricht, rausfinden, was für eine Nationalität er hat. Was zum Teufel ist mit dir, Mann. Wir können auch einfach warten, bis er gar nicht sanft ist. Was redest du? Stimmt. Wir können der Geschwindigkeit erkennen. Stimmt. Hast du Glühwein, hast du am Punsch genascht oder was? Also ich habe eine Kerze und Taschenlampe, äh, die Kerze und Feuerzeug. Sehr gut. Okay, ich gehe da jetzt rein mit meinem Kronleuchter. Es ist aber richtig witzig, wenn man halt die Geister so sprechen, ich bin ja selber halb Türkin, die dann sagt, so, so Türkisch spricht, so mit Getäubung, mit Akzent, so, was willst du laden? Okay, es ist ein Murrug. Oder wenn es schwäbisch ist. Schwäb, mach Tür wieder zu. Ja? Einer Zuschauer war gerade schlau. Wir haben ja drei Beweise mit den Orbs. Das heißt, es muss ein Mimik sein eigentlich. Weil der Orb ist eigentlich kein Beweis. Oh. Ja, aber wir müssen trotzdem die Aufgaben erfüllen. Voll gut. Also was ist es jetzt? Das war jetzt so hoch. Das ist wieder ein Mimik. Wir hatten ja auf einmal drei Beweise. Und wenn es drei Beweise sind, weil ab Albtraum gibt es ja nur zwei, muss es ein Mimik sein. Wieso hatten wir denn drei? Weil es ein Mimik ist. Ja, Fingerabtricker und... Ja, aber... Okay. Ey, ich trage das ein, ne? Was? Ein zweiter, ja. Ach, hast du dich verlaufen, Nils? Nils, es ist schon spät, du musst ins Bett. Nils, hast du dich verlaufen oder was? Will noch mal jemand anderes gucken? Ja, ich guck, ich guck. Ich stelle mich hier rein. Pust mal hier aus. Und diesen Geist, den ich gucke, in den Strasen. Ein Erinnerungsfoto fürs Fast-Malbum. Komm, jetzt haben wir alles... Puste meine Kerze aus. Ja, genau. Mach mal. Puste. Du musst... Du musst nicht pusten sagen, du musst... Oh, er haustiert. Es ist passiert genug. Ja, ich hab's ja gesagt. Du hast es... Lass uns den mal triggern und dann machen wir Fotos. Räuchern ist schon. Ist schon, ist schon. Lass mal triggern und dann... Ja, triggern, wegrennen. Ja, dann Abfahrt, ey. Abfahrt, Mimik, Abfahrt. Ich will nach Hause. Ne, wir machen so ein Foto. Ja, wie heißt denn der? Patricia Brown. Wir sterben wieder alle. Patricia Brown, Patricia... Oh, echt? Äh, ich dachte einer... Okay. Okay. Baby. Genau, Whistlecant. Patricia Brown, Patricia Brown, Patricia Brown, 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 Patricia Brown, du stinkst, du bist blöd und so kacke. Brown, 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 Patricia Brown. Ich habe Angst, 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 die Angst, die Angst. Denise läuft schon weg. Patricia Brown, da gibt es Frauen. Vor allem, wenn die halt, ähm, wenn die halt einen von uns snackt, dann geht der Hand halt länger, ne? Nur mal so. Ja, eben. Vor allem, wir stehen wieder zu viel zusammen. Das heißt... Ja, cool, ich geh. Patricia, Patricia Brown, 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 Patricia Brown, Patricia Brown, Patricia Brown, Patricia Brown, 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 Brown. And when a hero comes along, when you strike, you carry on. Patricia Brown, zeige dich. Ich bin alleine. Ich möchte dich. Patricia. Patricia, Patricia. Kommst du bitte mal bei die Telefone? Patricia Brown. Ähm, Bloody Mary. Ich habe Angst. Es ist so dunkel. Patricia Brown. Patricia, essen. Patricia Brown, muss ich ein bisschen furzen? Was ist denn hier los? Patricia? Bist du Brown? Kriegst du Frown? Patricia Brown, das schallert raus in den Ass. Patricia Brown! Zeige dich, du Hexe! Heißt die überhaupt so? Patricia? Brown. Patricia Brown, bist du ein Schüchterli? Hello. Die mag irgendwie nicht. Fuck, fuck. Wir alle drei sind außen rum, statt einfach die Tür zu nehmen. Ja, ich dachte auch, wo kommst du denn her? Patricia Brown, Patricia Brown, Patricia, Patricia. Wieso, sie macht nichts, ne? Oh, jetzt. Oh, nee. Patricia Brown. Patricia. Patricia. Gibt es irgendwelche Wörter, die die wirklich triggern? Hat die vielleicht den Raum gewechselt? Nee, sie hat gerade noch mal die Tür berührt. Patricia, berühre Nils. Patricia Brown. Ja, die will nicht. Patricia. Hat, sorry. Patricia, du bist ne dumme Sau. Schimpfwörter reden. Okay, Arsch, Arsch. Hintern. Wir haben doch keine 22 Uhr. Ähm. Oh. Patricia. Das gibt's doch nett, oder? Patricia. Patricia Brown. Patricia. Ja, ich bin aber leider nicht sehr. Patricia Brown. Äh? Ey, Leute, bitte geht nicht drauf, okay? Wollen wir jetzt mal was denn für das machen? Nein. Patricia Brown. Patricia Brown. Du bist eine dumme Sau. Dich mag keiner. Du bist ein Arsch. La 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 la. I know, I know. Das höre ich öfter. Das habe ich dir mitgebracht. Das höre ich öfter. Aber ich will ja, dass die kommt. Ich will ja, dass die kommt. Stimmt. I know. Was? Wir haben den Geist? Ja, klar. Das sagt ihr mir jetzt? Haben wir schon gesagt. Was? Hallo? Oh Mann, ich dachte, oh Mann. Oh mein Gott. Also, es ist ein Mimik? Ja, ja. Warum braucht es hier? Sag mal, haben wir ein Loch hier im Auto? Der hat gefurzt. Was ist ein Loch im Auto? Guck, sieht aus, wenn ich furzen, oder? Sieht aus, ob du brennst. Sieht aus, ob du ein Vulkan bist. Okay, so. Der Schnee ist da. Die Party kann beginnen. Lass uns den Partybus starten. Let's go. Aport. Nächste Haltestelle. Weihnachtshütte. Die Weihnachtshütte. Oh yeah, voll viel Geld. Yeah. Geil. Aber ganz ehrlich, das ist ganz schön wenig Tacken, die man dafür bekommt. Dafür, dass man halt... Dafür, dass man Nils dabei hat. Wenn du das Maximale, was du auf Profi bekommst, sind 280, das Maximale, was du auf Holz freuen, bekommst du in 370. Krass. Warum haben wir dann 280 bekommen? Ja. Weil Nils dabei ist. Wir hatten das Buch nicht so. Und wir hatten den Knochen nicht. Ja. Geil. Wie viele Leute haben für uns gewählt? Ich guck mal kurz. Details anzeigen. 100 pro. Keiner. Ah, hier. Ja. Aber die meisten haben auf Nein jetzt gestimmt. Ihr Schweine. Frech. Frech. Unverschämtheit. Aber Leute, es hat mir so viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das können wir gern künftig öfter machen, dass wir dann nach den allgemeinen Runden eine Community-Runde starten. Lasst auf jeden Fall Daumen und Liebe da und alle verlinkt unten in der Beschreibung. Und jetzt raus!